Hallo, ich bin Thomas Hauser, Vertriebs- und Außendienstmitarbeiter bei Müller Elektronik und ich möchte euch heute unseren Isobus-Controller für die Obst- und Weinbauspritze vorstellen. Wie viele unserer Isobus-Lösung basiert auch die Steuerung der Obst- und Weinbauspritze auf unserem Jobrechner MIDI 3.0. Über einen universellen Kabelbaum oder einen Verteiler werden alle Sensoren und Aktoren an den Jobrechner angeschlossen. In unserer Isobus-Steuerung decken wir zahlreiche Hydraulikfunktionen ab. Vom einfachen Heben und Senken des Gestänges bis hin zu völlig automatisch ablaufenden Hydraulikfunktionen, die zum Beispiel am Vorgewende das automatische Klappen des Gestänges zum besseren Wenden ermöglichen. Die Regelung der Ausbringmenge kann über Druck, Durchfluss oder eine kombinierte Regelung erfolgen. Ein Alleinstellungsmerkmal unserer Isobus-Lösung ist die Regelung der Ausbringmenge nach der Pflanzenoberfläche. Hierbei wird nicht wie herkömmlich die Arbeitsbreite auf den Boden bezogen benutzt, sondern jeder Sprühbereich wird mit seiner Art und der Anzahl der Düsen in ein Verhältnis gesetzt. Dies hat gerade in Bezug auf Maschinen mit einer größeren Arbeitsbreite und mehreren Sprühbereichen den Vorteil, dass Ausbringmenge und Druck immer konstant gehalten werden können. Die Steuerung ist AEF-zertifiziert und kann so über alle gängigen Isobus-Terminals bedient werden. Isobus-Funktionen wie Section Control und der Task Controller ermöglichen eine moderne, umweltfreundliche Ausbringung mit lückenloser Dokumentation. Durch ein umfangreiches Konfigurationstool können Sie ganz einfach die Software an Ihre jeweiligen Modelle der Obst- und Weinbauspritzen anpassen und anschließend direkt auf den Jobrechner aufspielen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website. Natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne persönlich.